Ihnen eine tolle Konferenz und uns zusammen eine gute Zusammenarbeit. Nur wenn es gelingt, Digitalisierung entlang der gesamten Wirtschaftskette im Unternehmen zu verankern, lassen sich die Potenziale der Digitalisierung in der Industrie auch realisieren. Ein bisschen digital reicht aber nicht aus. Noch nie aber in der Geschichte der letzten 200 Jahre industrieller Produktion ist unser Wohlstandsmodell so unter Druck geraten wie heute. Und im Worst Case könnte damit eine Erosion aller Finanzierungsgrundlagen unseres lohnzentrierten sozialen Versicherungssystems verbunden sein. Dass Sie alle über Kompetenz verfügen, ist klar, sonst wären Sie nicht hier. Es könnte nur sein, wenn Sie in irgendeiner Sache ganz besonders kompetent sind, dass Sie mit anderen Sachen nicht so gut auskennen. Das Leben baut nichts auf, wozu es die Steine nicht woanders herholt. Ihre Kompetenz schwimmt in einem Meer von Inkompetenz. Und jetzt könnte es die Aufgabe der Philosophen sein, die hier versammelten Inseln an Kompetenz über das Meer von Inkompetenz hinweg miteinander zu verbinden. Also Ihre Inkompetenz zu kompensieren. Und das ist die einzige Kompetenz, die Philosophen haben, Inkompetenz, Kompensationskompetenz.